So, jetzt boostet der mich nämlich nicht mehr so heftig an, dann hab ich irgendwas freigeschalten. Ja, das ist immer das, ne? Kann man nicht machen. Doppeltzeit. Wir haben zwei im Gegnerteam, die mit dem Roboter spielen. Gravity Spikes, Gravity Spikes, ich glaube wir sind jetzt im nicht so guten Team, würde ich jetzt mal strikt behaupten. Ich bin mal wieder mit einer Silence-Klasse. Ich habe ja hier schon ein Video dazu gemacht, wie ich vorgehe und man merkt, die meisten rennen natürlich immer, ihr seht es ja auch auf der Karte, immer über die Mitte. Das ist eigentlich das blödeste, was man machen kann, direkt über die Mitte rennen, weil ein kluger Gegner rennt über außen und fischt euch ab. Puh, das war schlechtes Aim von mir. Okay, und das war, das passiert mir so oft, dass ich auf den Gegner, auf die Waffe drauf renne und versuche die Waffe zu holen und sterbe dann. Aber egal. So, jetzt probieren wir das nochmal. Da muss doch irgendwo einer sein, ich höre ihn doch. Da, war ein Teammate. Das war ein Teammate. So. Und wie gesagt, die klugen rennen rechts, links an der Karte entlang und versuchen sich taktisch da so ein bisschen einen Vorteil. Boah, da ist einer. Ja, mit einer Sniper brauche ich hier nicht anfangen. So, jetzt wartet mal ab. Unsere Teammates sind da oben. Schauen wir, was der macht. Könnte ein A-Spawn sein, hier oben? Nö. Da liegt einer. Den Hammer. Ich würde gerne als zweite Waffe eine andere aufheben. Die passt. Oh, da oben ist einer. Oben oder unten? Das ist die entscheidende Frage, die man leider nicht mehr sieht, ne? Man sieht nicht mehr, ob der Gegner oben oder unten ist. Das scheint einer außen zu sein. Razorback mit Red Dot. Hinter mir. Wow. Was zur Hölle war das jetzt bitte? Das hätte ich schon gerne mal gewusst. Keiner da. Kanada in Kanada. Also, ich weiß nicht. Irgendwie sind wenig Gegner gerade. Oben ist einer. Gut. Das war taktisch unklug gemacht. Einfach blöd rausgeglotzt und auf ihn gewartet. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gleiche Stelle. Besser anstellen. So, wir probieren es nochmal. Da sind zwei. Um die Ecke. Wow. Nicht bloß rumstehen. Geben wir mal die Kula. Das waren jetzt aber zwei geschenkte Kills. Die müssten jetzt von da unten kommen. Die müssten von unten kommen. Gerade wollte ich sagen, die kommen alle von der Mitte. Ich habe nichts mehr. Ich muss ein bisschen zurückziehen, weil mit der... Da kommt einer. So, den haben wir uns geholt. Mission Pulse haben wir. UAV haben wir auch. Das war Glück gehabt. So, da müssten jetzt wieder welche kommen. Habst du das Gefühl? Ist dann unter mir? Nö. Wuss. Okay, das ergibt jetzt aber keinen Sinn, oder? Ah, jei, 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 jei. Das möchte ich gerne nochmal sehen. Das möchte ich gerne nochmal sehen. Glaube ich in der Form nicht. So, ganz ehrlich. So läuft der Hase nicht. Komm. Wir warten mal kurz, ob da noch jemand kommt. Jetzt hauen wir hier mal einen Vision Pulse raus. Looks nice. Ein Guardian. Hm. Und Guardian könnten wir eigentlich taktisch klug irgendwo hinstellen. Aber wo? Ich überlege gerade, wo könnte man den taktisch klug hinstellen? Vielleicht hier direkt so, dass die es nicht sehen, wenn die da reinkommen. Das könnte eine ganz gute Pose sein. Wir werden es mal sehen. So, da hast du jetzt aber Glück gehabt, wa? Boah, krass. Ist das ein Wichser. Habt ihr es gesehen, wie er gesneakt ist um die Ecke? Oh, geil. Du bist ja ein richtiger P-P-P-E-Nis. Oh, 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 oh. So, wo sind sie denn? Da war er. Den einen Hammer. So, jetzt sind sie aber da oben. Da läuft einer in mein Guardian rein. Na, leider nicht. Aber jetzt ist der Guardian bestimmt gleich weg. Da unten ist einer. Schauen wir mal, ob wir den holen können. Jawohl. Gib mal her. Die Manowar ist für die Entfernung halt recht nice. Dafür schießt die so arschlangsam. Irgendwie so klar. Boah, hinter mir. So, da haben wir einen. Die schießt so extrem langsam, dass man gar nicht weiß, ob man den Gegner getroffen hat. Irgendwie hab ich so das Gefühl meistens. So, mal gucken. Jetzt switchen wir mal wieder auf die schnelle Knarre. So, UAV raus. Da ist noch einer. Der müsste da unten hocken. Ne, der ist oben. Oben im Wohnzimmer. Na, der hat so eine blöde Drohne mit dabei. Oh, wie ärgerlich ist das. Wie ärgerlich ist das. Das war doch einer. Ja, die sind zu zweit gelaufen. Das ist natürlich blöd für mich gewesen gerade. Mal gucken, ob da noch irgendwo einer ist. Die war nämlich da gerade noch. Jetzt sind sie schon wieder nach oben gelaufen. Jawohl. Schönes Ding. Ah. Leider nicht. Aber egal. Wir sind trotzdem recht gut gewesen, obwohl das Team eigentlich gar nicht so gut war. Man sieht es jetzt hier. Also unser Team war schon sehr, sehr schlecht. Man sieht es auch an dem Gegner-Team. Die haben wesentlich mehr Kills. Aber egal. Vielleicht kommt man jetzt mal ins bessere Team. We will see. Tja, auf den ersten drei Rängen die Kollegen hier mit ihren... Nutzt einfach den Code UNDER beim Spielekauf über G2A.com. Dann könnt ihr ein bisschen sparen und uns kostenlos supporten. Danke.